Oh, die leben noch? Ich dachte, die wären schon kaputt. Oh, die Legianer. Der Wind ging Richtung Nordwesten an dem Tag, also... Hey! Vorbereitet? Günstiger Wind, wie auf dem Banner der Fünften. Glück ist uns heut. Ja, ich kann kaum erwarten, loszulegen. Oh, diese Tante, ey. Ey, warum fliegt das vom Viech direkt vor uns? Warum... Warum ist das so hochkant? Wir sind nicht den ganzen Weg umsonst gekommen. Wir müssen weitersuchen. Hey, Legianer, ha? Und wir wissen nicht, wohin sie ziehen? Ich habe ein Gerücht über eine Insel gehört. Ja? Das wird sie mich aufregen, hä? Schau! Eine Insel? Wir stürzen doch safe ab. Wir stürzen doch safe ab. Wir stürzen doch safe ab. Was? Schau, eine Insel? Warte, ist das eine Insel? Vielleicht eine Landmasse. Hä? Irgendwie ist hier die Reihenfolge falsch. Wir können nicht weiter. Zu gefährlich. Aber wir sind fast da. Wir müssen uns neu formieren. Ihr beide, geht rein. Gehen wir. Du voraus. Okay. Wir suchen einen Landeplatz für das Schiff. Wir suchen einen Landeplatz für das Schiff. Äh. Äh. Das ist die Palikonikin mir mitkommt. Es ist ein bisschen traurig. So lieb mit ihr. Oh, wow. So. Wir werden jetzt einfach irgendwo abgeschmissen. Oh. Logisch. Kalt. Brrrr. Wird mir direkt kalblich. Das muss ich sehe. Da sind zumindest alle zusammen gelandet. Wow, schau dir all den Schnee an. Und es ist so kalt. Warum macht die nur manchmal Tapsen? Wir können nicht lange in dieser Kälte bleiben. Im Schnee. Lass uns ein Lager aufschlagen, bevor wir erfrieren. Besser. Aber es ist immer noch so kalt. Wie ein Paliko aussieht. Ja. Schon putzig, ne? Vor allem mit der Waffe dazu. Mit der Blume in der Hand. Das hast du verdient. Pfefferschot ist eine neue... Gibt es ein Heißgetränk? Ist doch safe eine neue Pflanze, oder? Aus diesem Pfefferschotten können wir ein Heißgetränk herstellen, um die Kälte zu besiegen. Ist ja schon gesehen. Ich hab eigentlich nur einen heißen Tee aus Pfeffer gekocht aus irgendeinem Grund. Ja, der soll dich halt wärmen von innen. Uh, was hat ihr denn für Viech da? Monster Hunter Bisons? Ich hasse schlangenartige Viecher. Die Wicker giften einen immer. Ich muss ja schon mal zugeben, die Wildexperten sieht deutlich hübscher aus in diesen Pelzklamotten. Also, deute ich mir nach meinem Geschmack so rum. Ist vielleicht die korrekte Bezeichnung. Peper heißen die, okay. Moment, alte Fußspuren? Legianer Spuren? Die sind also hier. Zwischengefägenz. Wie seh ich denn aus? Sieht nach einer Lichtung aus. Schauen wir uns das an. Oh oh. Spurenkäfer? Hier ist noch eine weitere Spur. Und was werden wir, dass wir gleich davon angegriffen werden? Und warum schicken wir die vor, wenn wir die Waffe haben? Ein Bebe? Nom 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 nom. Frühstück. Guten Tag. Ich suche nach einem Landeplatz. Du dich hast das Gebiet, Partnerin. Laut meinen Notizen wird dieses Monster Beotodos genannt. Oh, die Beine sind wohl der Schwachpunkt. Locke ihn aus dem Schnee, damit du ihn angreifen kannst. Du kannst die Schleuder auch einsetzen, wenn du deine Waffe gezogen hast. Warte auf den richtigen Moment und schieß. Oh ja. Moment, warum habe ich denn? Ich habe doch gegessen vorher. Schweinerei. Erwische ein Monster mit deiner Klaue, um dich daran festzukrallen. Wenn du dich festkrallst, kannst du dich weiterhin bewegen. Allerdings kostet das jede Menge Ausdauer. Greife zum richtigen Zeitpunkt an. Das Ding hat Schleudermunition fallen gelassen. Oh, oh. Huh. Ach, damn. So, dann können wir wieder reinkommen in den ganzen Quatsch. Oh, Herr, guten Tag. Travierkampf mit? Niemandem. Oh, doch. Guten Tag. Kann ich mal kurz schärfen, wenn wir uns das angucken. Oh, Mann. Der B.O.T.O. sieht ziemlich klein aus im Vergleich zu dem Viech. Und hat gerade ordentlich die Fresse gekriegt. Verzieht er sich jetzt? Pestwurzfeld? What? Oh, geht es nicht mit mir oder was? Nee. So. One eternity later. Das bräuchte ich nämlich. Ich glaube, der pennt. Witzigerweise. Ich habe das Zeug zum Fang noch nicht dabei. Gut, dann. Hatte ich nicht Fässer dabei? Fässer habe ich dabei. Guten Morgen. Schön, guten Tag. Werden Sie so freundlich und würden aufstehen? Ja, so ungefähr. Äh, wie solltest du mir mal ein heißes Getränk? Ah, springt. Das könnte auch ein Grund sein, warum meine Ausdauer so flöde ist. Ja, und vor allen Dingen verlierst du dadurch extrem schnell maximale Ausdauer. Das sehe ich gerade. Ne, das ist ja mega nervig. Aber maximal leben, wollte ich auch mal eben. Ähm. Ähm. Wie komme ich denn da wieder raus? Der Diva hat den Fähnchen nicht nett. Ich habe doch aber vorher schon gar nicht mein maximales Essen-Ding gehabt. Trotzdem kannst du ja bis auf 75% runterfallen oder so. Aber wenn du einen Maxi-Trank hast, kannst du dir den Maxi-Trank drücken oder den Uralten. Habe ich, aber würde ich euch nicht dafür ausgeben. Bin ich dafür, wo wir dann? Ich block einfach mehr. Easy. Jetzt, das war auf jeden Fall ein Debuffer. Jetzt ist nämlich der Kreis um meine Maximal-HP, also meine HP wieder weg. Ich hatte das in so einem blauen Leuchten drin. So auf jeden Fall ein Debuff. Ich hatte den Maxi-Trank. Guten Maxi-Tränke. Ja, mein Gott. Maxi-Tränke sind ja nur... Ich habe davon noch nicht so viele. Immer noch. Ich habe das Spiel, das weniger Spiel, das du. Ich habe nur 200 Stunden auf meinem... Also da wird so viel wie ich. Ich weiß, nee, mehr als 3 mal so viel. Nee, ich habe 110 Stunden. Ach so, da ist ein Charakter. Ja, ja. Nee, ich meine, ich habe insgesamt 100 Stunden gespielt. Ich habe sogar ausweiten. Das brüllt er mich auch noch an. Geht's noch? Er springt mich doch gleich wieder an. Ja, logisch. Meine Reichweite ist zu klein. Oh, ne. Ich habe eine dumme Idee. Uh. Ich bin unfähig, gerade zu treffen. Plop, plop. Ich habe einen Landeplatz für das Luftschiff gefunden. Schließe deine Expedition ab und lass uns treffen. Äh. Ich muss nur in zweieinhalb Mal im Kreis laufen, ey. Meine Güte. So, darf ich da wieder rausgehen? Oh, wir warten das. Hier, von Expedition zurückkehren. Oh, Mann, ey. Was denn? Ja, das Vieh ist halt nervig aus der Hölle. Ja. Vor allem so die schönen, was wir gerade gezeigt kriegst. Hier, halte ich mit Klammerangriff fest. Dann kannst du Gegner gegen Wände laufen lassen. Machst das. Es passiert nichts. Du denkst dir, fuck you. Ja, dasselbe ist aber gerade mir auch passiert. Ich sitze auf dem Anjanat. Ich habe Bombenkapseln drin. Nö. So, die wahre Jagd beginnt. Beginn einer neuen Expedition. Erhalte das Recht, ein Stern Meisterrangaufgaben anzunehmen. Der Lagerplatz, der Objektruhe wurde erweitert. Ich glaube, die Lagerplatz, der Objektruhe hatte ich nie Probleme mit. Können wir vielleicht mal das Rucksack-Inventar erweitern, das wäre super. Und wenn es nur eine Zeile ist. Oh, Zwischensequenz. Oh, wow. Oh. Wie knupp ich mein Palikos? Bies ist ein perfekter Platz zum Landen. Okay, ich hätte auch gerne solche Leuchtsignal. Achso, das sind die Leuchtsignal, die niemand abschließen kann, ne? Für Hilfe Besucher. So. Das heißt, du hast eine neue Basis? Yo, neue Basis. Ich stampfe mal eben mal so einen Tag aus dem Boden. Überall. Genau, so die großen Häuser, Palisaden, alle befestigt. Ach, mal in zwei Tagen. Oder eher in zwei Spurzen. Ja, es ist eiskalt, das ist korrekt. Es hat so eine Winterhochland so an sich.